Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Mystica Aquaculture Tutorial. Heute geht es um den Infusion Altar und der Infusion Altar wird hergestellt mit vier Steinen, zwei Gold Ingots und einmal rote Wolle und dann haben wir hier einmal den Infusion Altar. Der wird entsprechend einmal hier so aufgebaut und drumherum werden noch Infusion Pedestals aufgebaut entsprechend. Das könnt ihr so aufbauen, so wie euch der Infusion Altar das entsprechend euch aufzeigt. Ich habe das ganze schon mal hier einmal aufgelistet bzw. schon mal aufgebaut und wir haben jetzt hier drauf verschiedene Items. Also im Grunde genommen einfach nur mit einem Rechtsklick, können wir hier auch wieder runter nehmen. Also einmal zack Rechtsklick und dann haben wir hier entsprechend die Position. Wir brauchen immer in der Mitte brauchen wir immer ein Prosperity Seed Base, das ist immer notwendig und ansonsten kommt es auf die verschiedenen Seeds ganz einfach drauf an, die Mystica Aquaculture bietet. Bei den Seeds gibt es insgesamt verschiedenste Tierstufen. Hier einmal aufgelistet geht hoch bis Tier 6 teilweise so hatte ich sogar schon durch Mod Unterstützung Tier 7 gesehen. Ne ich glaube Tier 6 ist auf jeden Fall das höchste. Auf jeden Fall haben wir verschiedenste Items. Wir haben die Möglichkeit zum Beispiel Holz herzustellen mit Tier 1. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit Chicken herzustellen, also die Chicken Drops halt in gewisser Art und Weise zu bekommen. Dann haben wir Kupfer, also Ohr Generation ist auf jeden Fall mit dabei. Wir haben die Möglichkeit an Mob Seeds heranzukommen, wie zum Beispiel Blazes oder Ghasts. Wir haben auch Mod Supported Items, zum Beispiel halt natürlich irgendwie von Mechanism zum Beispiel Osmir oder an der Stelle hier von Botania Terra Steel. Und wir haben so richtige High Tier Items wie zum Beispiel auch, dass wir Neta Sterne ganz einfach darüber produzieren können. Also wie man kriegt über Mystica Aquaculture bekommt man ganz ganz viel zusammen. Und Rohstoff von Mystica Aquaculture ja meistens in der Regel das Inferium, also die Inferium Essenz, womit man dann entsprechend halt upgradet. Die sehen wir hier auch bei diesem High Tier, also das heißt wenn wir uns hier mal angucken, Dragon Egg Seed, ne Dragon Egg war das jetzt gar nicht. Das war das Nether Star Seed. Das bedeutet wir brauchen einmal Prosperity Seed Base, dann brauchen wir Insanium Essence und wir brauchen vier Neta Sterne und bekommen einen Nether Star Seed ganz einfach raus. Und haben das hier entsprechend einmal angeordnet. Das heißt wir haben hier Insanium Essence, das ist im Grunde genommen das sechste Tier, Tier 6 von Inferium und dann entsprechend noch die Neta Sterne. Und wenn wir hier mit einem Wet Down Signal den Altar einmal bepowern, dann laufen die Items hier einmal rein und wir sehen, dass wir gleich einmal den Seed entsprechend haben. Wenn wir den hier einmal einsammeln und dann haben wir hier einmal den Nether Star Seed, den wir entsprechend auf einem unserer Felder hier so aufbauen können. Ja, soviel auf jeden Fall zum Infusion Altar. Vielen Dank fürs Einschalten und bis demnächst. Tschüss.